Musik Lula, ich hab mal leider mein Fest voll vergessen, ich weiß schon wie gleich in das vier Augen drüber. Yeah, Lula. Haben wir leider Rassenhafen. Ich bin jetzt erst mal von allen sehr, sehr enttäuschend, dass ihr euch einfach ohne Material trefft und spielt. Jetzt kommen wir zu dir. Warum? Oh, mach mal sowas. Ich hab nicht vergessen. Hier, nimm das und teste dich. Okay. Okay. Ich werd deine Eltern raten. Oh mein Gott, ich hab dich voll weg. Ja, endlich, Maske ab. Ja. Ich hab ja auch keine Wirkung auf Mathe. Ich weiß also, das ist doch kein Spaß. Wir wollen auch nicht gehen. Ja. Wir wollen nicht. Okay, wir haben bald. Nein, das ist viel zu gefährlich. Das ist viel zu gefährlich. Ja, ich hab ja auch keine Aufstattnummern. Ja, es ist viel zu gefährlich. Ja, ich hab ja auch nicht. Ich hab ja auch keine Aufstattnummern. Ja, da kann man was anderes spielen. Ja, das ist kein Abstand. Ich muss die Maske aufgeben. Okay, du kannst die Maske aufgeben. Ich muss auch die Maske aufgeben. Absolut, okay. Ich kann die Maske aufgeben. Ja, okay. Guten Morgen! Ich bin der Direktor. Warum trägt ihr keine Maske? Bei Maskenhauses. Warum denn? Fenster zu. Haben wir vergessen, Entschuldigung. Fenster aufmachen, Maske. Der zieht das Ding da an. Guck einmal. Ich glaub nicht. Nein, Entschuldigung. Ich hab mich vergessen. Hm. Hm. Ein Hygienenkontrolle. Jetzt kommt. Ich merke ein Gespräch unter die Augen. Und das ist eben als Leck abgeschüttet. Wirklich. 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 Was heißt hier? Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020